Wie funktioniert eigentlich unser Gedächtnis? Wie können wir am besten lernen? Und was müssen wir beachten, wenn wir unsere Schülerinnen und Schüler optimal lernen lassen wollen? Falls auch euch diese Fragen beschäftigen, liefert euch dieses Video über Hermann Ebbinghaus eine Antwort. Hermann Ebbinghaus lebte von 1850 bis 1909. Er hat die Gedächtnisforschung begründet und gleichzeitig Überlegungen formuliert, wie seine Erkenntnisse im Unterricht umgesetzt werden können. Ebbinghaus begann mit einem Selbstversuch, bei dem er sinnlose Silben auswendig lernte und dann prüfte, wie viele er über die Zeit behalten konnte. Daraus entstand die sogenannte Vergessenskurve. Nach 20 Minuten erinnerte er sich noch an 60% des Gelernten, nach einer Stunde an 45%, nach einem Tag an 34% und so weiter. Das heißt, Wenn etwas einmal gelernt wurde, dann zerfällt das gelernte Wissen schnell wieder. Wenn man es bewahren will, dann muss es wiederholt werden. Dann hat Ebbinghaus geprüft, was bei solchen Wiederholungen geschieht. Er fand, das Wissen langsamer zerfällt, je öfter es wiederholt wird. Das heißt, das Intervall des Wiederholens kann immer weiter vergrößert werden und nach einigen Wiederholungen zerfällt das Wissen nur noch sehr langsam. Es bleibt jetzt also langfristig verfügbar. Damit hatte Ebbinghaus eine radikal neue Perspektive auf den menschlichen Geist eröffnet. Dieser ist eine Art von Apparat mit einer begrenzten Kapazität und eigenen Gesetzmäßigkeiten. Diese kann man experimentell erforschen und lernen funktioniert besser, wenn man sie berücksichtigt. Zum Beispiel erforschte Ebbinghaus die Ermüdbarkeit der Schulkinder im fünfstündigen Vormittagsunterricht. Dafür entwickelte er den Ergänzungstest, der heute noch in Schulen angewendet wird. Der Test zeigte einen starken Leistungsabfall vor allem bei den unteren Klassen auf. Lernen funktioniert besser, wenn man Kinder nicht ermüdet. Ob und wie stark das Lernen leidet, kann man experimentell überprüfen. Auch zeigte sich, dass die geistige Leistungsfähigkeit bis zum Alter von etwa 14 Jahren noch stark zunimmt. Das ist ein Grund für die Dauer der obligatorischen Schulzeit. Sie geht bis zumindest dem Alter, bei dem die Lernenden sich etwa auf dem geistigen Niveau bewegen, das sie auch als Erwachsene haben werden. Ebbinghaus hat auch den Begriff der Lernkurve geprägt. Eine steile Lernkurve bedeutet, dass man in kurzer Zeit viel lernt. Die moderne Psychologie hat viele Experimente gemacht, um die Lernkurve zu erforschen und dabei unter anderem folgende Dinge herausgefunden. Für ein effizientes Lernen ist es wichtig, erstens an das vorhandene Vorwissen der Lernenden anzuknüpfen, zweitens an die bestehenden Fähigkeiten und Fertigkeiten der Lernenden anzuknüpfen, drittens geeignete Lernmethoden zu verwenden, welche die Kapazität und die Eigenheiten des menschlichen und kindlichen Geistes berücksichtigen, viertens einen funktionierenden und motivierenden Lernkontext zu schaffen, fünftens die Inhalte zu organisieren, zu verknüpfen und in einen thematischen Kontext einzubinden und sechstens das Lernen in einen sozialen und gesundheitlichen Kontext einzubinden, sodass die Lernenden sich angstfrei und engagiert mit dem Stoff auseinandersetzen können. Wenn ihr also Schülerinnen und Schüler habt, welche gelernte Dinge vergessen oder sich nicht mehr an die letzte Stunde erinnern können, dann denkt daran, das ist normal, das ist so, wie der menschliche Geist eben funktioniert. Es liegt dann an euch, geeignete Methoden zu finden, Settings und Anknüpfungspunkte zu schaffen, damit die geleistete Arbeit der Lernenden nach einigen Wiederholungen in dauerhaftem Wissen und nachhaltigen Kompetenzen mündet. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Unterrichten.